So Leute, was geht ab? Morgen auf jeden Fall bin ich ein Video raus und ich stelle euch mal 700 Euro Batzen, sodass alles rund fünf Nr. 50 und eine grüne Hünder. Und ja, mit Spaß. Und nun werden wir noch ein Schwimmbad gehen. Und ja, ich bin noch der Sau. Bis.